Wir passen ja gut zusammen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Rating. Schaubere Dom! Ne, ähm... Wir wollten leider ein paar... ...Videos... ...schlecht. Wegen Frips natürlich. Und die wollte ich euch nicht zeigen, das waren Lecks und andere Sachen. Drin da will ich lieber nichts zeigen. So, es läuft die zwei, die mir beim Wasserwächter geholfen haben. Die wollten, dass ich es natürlich aufnehme. Habe es ja auch getan, aber dann ist die Aufnahme kaputt gegangen. Ja, beim nächsten Mal gerne. Ihr dürft mir gerne noch anschreiben, wenn ihr mal mit mir aufnehmen wollt. Und ja... Wir gehen jetzt mal die nächsten Quests erledigen. Eines ist hier. Okay, und dann müssen wir noch eine Fete von einem ausgewachsenen Grupo sammeln. Okay. Okay. Ich schreibe mir nur Schrott. Okay. Okay. Das ist mir gar nicht gut. Okay. Okay. So. 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 Und sonst habe ich wieder diese... ...nach... ähm... ...nachraumschutz. Schnaufen. Jetzt müssen wir mal atmen. So. Und jetzt... Was ist denn das? So. 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 Er ejemplo. So. Ich komme wirklich mal ein bisschen Unless Oberflç darzustellen. dug aus extrem lange bis 35 cm. Nur ein kleines wenig. Es war nun ungefähr von hier unten. Also das ist der letzte Strich. Also der letzte Pfeil. Wenn die anderen sind ja Presidenz. Ähm. Bis zum Schluss brauchte ich ungefähr 2 Stunden, weil nie sind Monster erschienen. Ich hatte nie Monster zum Töten. Die kamen einfach nicht mehr hoch, also die erschienen gar nicht mehr. Ich verstehe irgendwie die Spawn-Rate auch nicht, manchmal kommen sie sofort wieder. Manchmal geht es 2 Stunden, ich verstehe das nicht. Aber ich habe es ja geschafft und jetzt kann ich ja... Oh mein Gott, ich... ne, also das nervt mich ja tierisch. Das macht jetzt so selbstständig. Ich kann jetzt nicht weiter, das Mikrofon ist viel zu lang. Das Headset selbst ist so klein und das Mikrofon ist ja das gleiche. Ja, toll. Ein bisschen größer weiter. So. Ähm, eine Quest über einen liebes Brief. Das wäre interessant. Ja, jetzt muss ich mal zurück. Ein bisschen größer. Manchmal denke ich, die Entwickler wollten, dass das Spiel bankrotten geht. Also der Entwickler selbst wollte, dass er sie... äh, bankrotten geht. Das Spiel extrem scheiße wird und niemand das Spiel spielt richtig. Und dann werben sie natürlich, Reckum, das beste Spiel der Welt. Zum Beispiel. Mit dieser Kack-Werbung. Naja. Ich verstehe es heute so nicht. Wenn ich mal entwickle, dann entwickle ich es so, wie ich es will. So, wie es alle anderen auch wollen. Und nicht so extrem störend, blöd und faul wie NGT Studios. Ja, wir bauen mal Drachen ein. Das wollten wir schon immer machen. Brauchen sie für 6 Jahre. Ja. Ich mach einen Drachen ein Nachmittag. Ja, jetzt kann ich nicht mal die Quest. Ah, das ist das. Da geht die nicht. Okay. Dann... Jetzt muss ich schon wieder irgendwo hin. Das muss ich schon wieder zum Graben der Element. Oder muss ich den mehrmals anklicken. Wo ist die Pinion Kreuzung? Die müsste hier unten sein. Ja, das ist die Pinion Kreuzung. Das gehen wir nachher dorthin. Und jetzt erst mal das Elementar Graben an. Was? Ich sag jetzt nicht etwas besser in Perverses. Okay. Das Spiel ist nicht... Ab 18. Das Spiel ist für 12 oder... Weiß nicht. Dann lieber nicht zu viel. So. 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 So ist er. Streckend geworden. Das nervt mich ein bisschen. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr gut, sehr angelegt auf viele Spiele. Aber wenn ich keine finde. Ich würde mich ja extrem riesig freuen, wenn jemand mitmacht. Dann muss er nur mitlaufen. Er kann ja einen Bescheid spielen. Der... Ähm. Der hat mich nur halt oder so. Geht das wenigstens ein bisschen schnell. So macht es einfach ja. Also ich muss ihn mehrmals anklicken. Ja. Sagt man natürlich niemand. Oh. Ist das wichtig. Dass man das mehrmals anklickt. Ja. Momentan habe ich einfach nur zu heulen hier in der Regnung. Und... Ich habe aber die Motivation mit den Leuten zusammen zu spielen. Aber wenn das nicht geht. Weil ich noch nicht Level 60 bin. Oder einfach Level 45 oder so. Wenigstens ein bisschen Schaden machen könnte. Dann ja. Ja. Aber eben es geht noch längere Zeit. Und hier dieser Troll nervt mich natürlich. Ja. Genau. 20 Sekunden. Ist dann... Ist er nicht. Ne. Ich meine einfach... Das Spiel macht momentan mir null Spaß. Wirklich null. Aber. Sobald ich wirklich etwas leisten kann. Im... Im... Ding. Im Reich. Also gegen andere spielen und so. Dann macht es sehr viel Spaß. Und bis dann. Das ist halt einfach nur eine Tortur. Und deshalb. Ja. Ich weiß es nicht. Was soll ich sagen? Was soll ich machen? Geben wir mal ein paar Beispiele. Und ob es dann überhaupt Spass macht. Das ist die größte Frage. Aber ich denke schon. Außer dies dann natürlich. Die ganze Zeit. Wenn dann mehr Spiele da sind. Dann ist die Chance eigentlich relativ gering. Dass ich hier entkommen kann. Also sie merken. Sie wissen, dass ich der Let's Player bin. Und sie wollen meine... Meine Let's Plays beeinflussen. Ich lasse mich nicht beeinflussen. Das ist auch mal so. Okay. So. Verschlossene Kiste. Mодноi. Tss Ich bin kein Haus sie. Wie. Ich bin kein Össi. Ich bin kein Össi. Wieso kommt die immer drauf, dass Basel in Österreich ist? Weil der Dialektung vergleich ist. Ja, toll. Alles wieder reinlegen. Ja, die Runensteine sind sicher. Jetzt? Das ist diese Quest. Wieso kann das nicht einfach der Quest geben, der mir die Quest gegeben hat? So nehmen wir den da oben. Na ja. Na ja. Ihr redet auch immer drauf. Nichts. Aber alles ist Dialekt. Was ist ein heißes Dialekt? Bitteschön. Und jetzt? Oh, das ist noch hier. Okay. Gehen wir zur Pinion-Kreuzung. Kreuzung! Oh, da muss ich noch viel aufnehmen, damit ich wieder Stoff habe für euch. Oh, das nervt mich ein bisschen. Und die andere Let's Plays auch so angesagt sein wie Recon. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen Abwechslung gemacht. Ja. Leider nicht. Das ist ja voll das Geiler-Communication-Spiel. Sehr angesagt nicht. Leider spielt ihr nie. Das macht mich ein bisschen komisch. Spiel runterladen. Zocken. Das ist alles ganz easy. Aber. Sag mir mal. Es liegt an der Zeit dazu. Was macht ihr denn einen ganzen Tag lang? Damit ihr so wenig Zeit habt. Oder ist das gar nicht die Zeit zum Näher den Bokot oder so? Ich würde mich gerne mal. Ja. Ich würde ja nichts vorurteilen oder so. Aber. Das macht mich schon ein bisschen komisch, dass nur die neuesten Videos so kurz geschaut werden. Und die alten eigentlich nie. Weil ich habe so viele Videos. Schaut doch mal meine Videos. Dann müsst ihr nicht immer wünschen. Oh, bitte mach weiter. Bitte mach weiter. Und bitte mal in die Kommentare schreiben. Es gibt unter den Videos Kommentare. Müsst ihr ja nicht immer PL schreiben. Ich habe immer alles voll mit PL. Sonst mache ich wirklich Videos darüber. Wenn ihr schreibt. Dann ist es öffentlich. Ich müsste dann da nicht was verheimlichen. Ich habe es gut an den Leuten, die sich öffentlich bedanken. Und ja. Über Themenräder, die das Video betreffen. Nicht nur Spam da ist. Und ja. Und. Schön. Gut. Dass so schnell über 30 Aufrufe bei den Videos da sind. Aber eben. Hätte ich es gerne öfters. Nicht nur die neuesten Videos von einer Aufnahmesession oder so. Und ja. Sonst ist eigentlich alles relativ gut. Ich bekomme gute Abonnenten. Und ja. Die Videos werden sogar geteilt. Und sonst ist richtig nice von euch dann hoch. Und ja. Und ja. Jetzt hoffe ich einfach bald. Was ist jetzt los? Jetzt los im Chat. Hm. Ich hoffe einfach es kommt bald an diese Leute, die man wirklich Fans nennen kann. Und ja. Dann macht es mir Spass. Euch macht es Spass. Allen macht es Spass. Es muss kommen. Und da kann wirklich jeder damit anfangen. Schon wie die Geisteschlacht enthören. Schienen wir ein bisschen zu Strom. Strom. Ich wollte eigentlich der Blatt Gift reinnehmen. Okay. Jetzt sind sie nicht mehr Strom.